Herzlich Willkommen zurück bei Minecraft Season 1, diesmal wieder bei mir. Ich hoffe, wir haben nicht das Problem mit der Maus. Platzen muss. Alter, du und deine hässliche Blase, ohne Witz. Ja, sie muss platzen. Mit Witz. Die Blase muss mit Witz platzen. Ohne Witz. Du hast gesagt, ohne Witz. Ja. Ich habe gerade mit dem Creeper Billard gespielt. Ohne krass. Verlustig, ich habe den, oh mein Gott, wie sieht das aus? Ja, es geht. Zoll müssen fliegen, aber who the fuck, one cares. Oh, we don't know. Oh, der ist ein Leuchtturm, den muss ich anziehen. Tja. Muss ich auswischen. Ich will noch nicht gehen. Ein Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich sehe es nicht ein, den Scheißturm anzuzünden. Ich will noch ein bisschen tanzen. What the fuck, was geht mit unseren roten Schafen ab hier? Die krammeln sich ja schon aus dem Gehege raus. Komm schon, Alter. Sehr gut. Los, gebt mir eure Wolle. Ich will hier mit dem Stack rausgehen. Gehen wir mit dem Stack wieder rein. Scheine mal hier aber für beinlose, ihr neuer. Ich glaube, wir werden bei Jonas mal wieder ein bisschen was anwalt. Ich habe jetzt keinen Bock zu mir zu rufen. Wie war das vorhin? und zu holen ich habe wenigstens ja ich kann es mir leisten Gegensatz zu jahren wie soll ich sie zeicherte ein Wort ich weiß es ist er nur sehr kühlt es ist der Weizen die Hälfte Maul ich will er wollte das wissen Brezheim in Europa drei Prozent er mir viel körperliche Blödsinn und auch ein Gesicht es habe ich 57 Schweizer Lieder möchte er klar hoch ist nicht was falsch gemacht Emo schplatschen. Geht aber nicht. Geht aber nicht, dass du die Blase platzen sehen willst. Das ist nämlich ziemlich politisch inkorrekt. Geht aber nicht. Das geht doch, wie du siehst. Trennung! Ey, Jan, das ist so ein Drecksack. Jonas hatte bei sich, das weiß ich noch, als ich das letzte Mal reingeguckt habe. 15 Weizen drin. Nun, jetzt hat er gar keinen Weizen mehr drin. Echt, der ist? Ja, das ist ausgeräumt. Und nee, das ist irgendwo nicht mehr in Ordnung. Ah ja, der Kerl kann es sich nicht leisten, man. Einer Fahrt? Guck, der rennt teilweise noch mit Holzwerkzeug rum. Das macht man die ersten 10 Sekunden im Spiel und dann nie wieder. Das ist doch, wenn man irgendwo eine Pampa ist. Ohne Sachen. Ja, aber dann machst du meistens Stein. Du brauchst erstmal noch einen Spitzer. Aber das ist so ein... Boah, alter, wie viele Schafe. Bei wem jetzt? Was wollte ich gerade tun? Ich wollte doch alles mitnehmen, ne? Bei mir, oder was? Nein, bei mir. Wir sind auch endlich. 0,1 Quadrat schlocken für jeden Schaf. Artgerechte Fall. Für jeden Schaf. Für jeden Schaf. Für jeden Schaf. Für jeden Schaf, Aldi. Mit meinem Job, der musste. Für jeden Schaf, wo konkret. Krass. Ne, manche Reichenholzen. Das sind nicht viel cooler. Viel cooler. Viel cooler Mama. Google. Und ich habe sie nicht wieder viele Schafe. Diesmaße keine Fram-Frage. Doch manchmal noch. geht aber nicht jetzt kommt gleich jemand müssen gleich mal auf der mutter brechen was ist ohne 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 uns doch mal die andere gruppe rein einfach wie denn ich nehme auf er nimmt halt drei sekunden nicht auf was haben die leute zwei sekunden standbild also bei mir auch wenn ich offen meine ich glaube ein vollbilder auf wenn ich das wieder wieder kleiner macht wenn ich das kleiner macht unterbricht die aufnahme das wusste ich nicht ja 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 was weißt du überhaupt ausgewachsen sind die eine hier war nur größer die sind dann so ziemlich großes sieht man also soll ich den raum mit sie komplett dunkel lassen oder was ich habe bei mir ein bisschen feuer reingemacht also mache ich jetzt eine fackel da in die ecke wo es raum schwarzes hat richtiges feuer macht doch ich nicht kann man eigentlich auch türen in anderen farben machen also in anderen holz sorten quasi die werden immer so so und diesen standard ding man sieht auch schon an wo das sagen jetzt fängt er auch an mit dem wer ist die ganze Zeit gemeckert ich will da weiter er darfst aber auch selbst über die pladen muss platzen erhält nicht die er braucht sie immer mal auf 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 im es kommt im die der 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 früher der herz der 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 die Ere Pse gewinnen bei dem er 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 ich hab keine ahnung aber doch 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 irgend so was mit so einem cowboy oder so was nicht lucky luke wie hieß das das hat er einen namen das kam das hat den mongro von mongrohau ich gehe dem wunsch nach mika und verdicke also was das war dick also hast du jetzt ich sage so eine hässliche wird zur konstruktion reingebauten jahren nein ich hatte noch keine anwälsung ich werde es recht also wenn wir die glocke bauen nein wir müssen erst mal das ding reinbauen und dann können wir die glocke nein du musst oben na wie du meinst du musst du musst denn ich brauche eine vorgabe wie die glocke sein soll oder auf den billigen plätzen der stuhl war teuer ja mit dem stinger nicht drüber nein der hat überhaupt nichts gekostet ich suche gerade irgendwas das heißt du hast auch kein stuhl während sie wie der gibt es nämlich nichts geschenkt wird im geniebsten steffen die kumpel flasen nachher Jan, halt's mal. Nein. Siehst du, da bin ich auch keine Kumpelblase. Okay. Damit kannst du leben. Wenn du eine Kumpelblase bist. Denn da macht noch eine Mada-Asterix-Mas. Alter. Wir hatten unsere alten Sprüche ja schon lange nicht mehr. Okay, ich musste wieder wieder mein Leben rufen. Ein noch.